Am Samstag hat in der Innenstadt eine pro-palästinensische Demonstration stattgefunden. Laut Polizei wurde diese von der zuständigen Versammlungsbehörde unter Auflagen erlaubt. Die Kundgebung mit 1200 Teilnehmenden lief friedlich ab. Dennoch bleiben unangemeldete und nicht genehmigte Demonstrationen, die inhaltlich einen Bezug zur Unterstützung der Hamas oder deren Angriff auf das Staatsgebiet Israels aufweisen, verboten. Die entsprechende Allgemeinverfügung vom 15. Oktober ist damit bis Mittwoch, den 6. Dezember, verlängert worden. Weiter würden alle angemeldeten Versammlungen intensiv geprüft und gegebenenfalls bestätigt.